...einhalb Minuten nichts zu tun hat, außer vielleicht, euch ein paar Getränke zu reichen. Also wer ein Interesse an einem kleinen Bierchen hätte, der könnte sich hier vorne beim Ralf Eich finden. Und alle anderen sind herzlich dazu eingeladen, sich mit uns zu sehen, über diese Menschen auszukotzen, die wir alle im Bekanntenkreis haben.